und da sind wir wieder mit Fireman also mit der Eisfähigkeit gegen Fireman und da müssen wir erst mal seine Date schaffen aber ich denke mal das wird nicht zu schwer Fireman Clearports 50.000 ok ich kann ich mit Elektroplatt machen oder weil Elektro geht doch auch durch die Wand, bitte sag ja ja, ist das schön, Elektro ist so eine schöne Fähigkeit boah, was für eine schöne Fähigkeit und Bums ja, ich behalte Elektro darf ich ihn behalten, darf ich ihn behalten und nein, nichts, ok ok oh, der Punktemultiplikator ist weg schade, 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 schade Igitt Igitt, was seid ihr für Teile? Igitt, Feuermauern Igitt, Feuerbälle ok, brauche ich nicht oh, ja toll, brauche ich nicht gehe hier oben lang, ist sicherer machen wir wieder den tollen Grafikfehler ist kein Grafikfehler, ist halt irgendwas so na, gut ähm, ich gehe oben lang ja, für dich sicherer so 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 so, ok da, ok ok, die Sprites blinken trotzdem ich dachte, ich hätte sie zum Aufführen gebracht, dass sie nicht mehr blinken, aber sie blinken trotzdem schade und so ja, ok, das war jetzt epic fail ok, 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 gut, 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 das war jetzt mal nicht schlecht hallo hallo nein krass äh, ja, 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 ja ihr was hä, ich kann die Feuermauern angreifen ja, so ne lustige Scheiße ja, das Telefon klingelt verdammt, äh, Pause kurz ok, 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 es geht weiter, glaub ich also, aber nur kurz und dann muss ich sterben dann muss ich sterben natürlich so, das war ein wichtiger Anruf ich werde hier ein Safe State machen wir sehen uns hier wieder bei der nächsten Aufnahme das war's Toasty euer Toasty ich meine euer Toasty Peace out Leute euer Toasty jetzt wird aufgehört jetzt wird aufgehört